so herzlich willkommen zurück zu der last of us wir sind immer noch auf der flucht was machst du jetzt? wie geht es jetzt vor? geht es die jetzt töten oder was? da kommen wir jetzt definitiv nicht lang weil der oben da am suchen ist ich kann ihn noch nicht verschießen ich würde ja gerne runterziehen oder würgen aber da oben ist noch einer ich glaube da komme ich nicht hoch ich würde ihn ja gerne mir holen aber das ist mir fast zu heiß ich gucke jetzt mal wie da diese luft aussieht da kommen wir auch nicht hin ich gucke jetzt mal wie das ist Können wir da in die Röhre rein? Aber solange diese Heini da oben steht, habe ich keine Chance. So, war vielleicht mal die Idee. So, dann machen wir uns mal hier. Ich muss mich nur gerade selber mal ein bisschen orientieren. Oh, Alter. So. 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 Super. Oh Gott. Komm auf. Die sind ja schon mal überall, die Jungs. So. 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 Ohne irgendeine Munition zu verbrauchen. So. 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 Das denke ich nur nach der Einer, ne? Gott sei Dank. Ja, eigentlich war es nicht der Plan, da rein zu gehen, aber wir haben es ja dann noch auf die Reihe bekommen. Gut, komm. Tess, hast du eine Ahnung, wo lang? Wurde so anders. Wurde mal, wir sehen, wo es hinführt. Ja, sieht gut aus. Bleib hier. Wenigstens regnet es hier nicht. Na, dann gehen wir jetzt hier hoch. Ja, jetzt haben wir gerade die Taschen aber eben ausgemacht. Okay. Oh, ich suche mir gerade mal durch hier. Na, zumindest etwas Munition ist besser als gar nicht. Zwei Kugeln mal hin. Okay. 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 Vielen Dank. Ja, wir müssen jetzt irgendwie wieder hier raus. Vielen Dank. Okay, da geht es nicht weiter. Geht nochmal weg. Dann wollen wir hier gerade noch umgucken ein bisschen. Okay. 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 Ich hatte auch nur den richtigen Weg gesucht. Okay. Okay. Ja, wir sind gesucht, ne? Okay. 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 Okay, sie sind weg. Okay. 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 ich dich daran erinnern, was da draußen ist. Ich verstehe. Hm. Hier lang. Wenn wir durchs Zentrum gehen, sind wir bei Sonnenaufgang beim Rathaus. Hoffentlich. Na dann, go. Was ist hier passiert? Die Bereiche um die Quarantäne-Zonen wurden heftig bombardiert. Aber man wollte so viele Infizierte genötlich finden. Äh, was war das jetzt? Vielleicht hörst du das. Ja, klang aber als wärst weit weg. Mist. Äh, sind wir sicher? Vorerst. Na los. Hallo? Schön tief. Da drüben ist das Rathaus. Ja. Wir müssen da irgendwie durch. Das hier soll das Stadtzentrum sein? Weil. Jetzt ist es nur noch Brachland. Hm. Dann müssen wir mal durchgucken. Also klar, der direkte Weg ist zu. Hier drüben. Hey, Tess. Coming. Ja. Er wurde zerfett. Ja. Die Leiche ist noch frisch. Ist das schlecht? Ja. Trödeln wir nicht rum. Ja. 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 Jetzt. Ja. 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 Die Frage ist, wie kommen wir da jetzt ohne Problem runter? Filternsatzprotokoll. Ah, negativ Kontakt, negativ Kontakt, ne, fucking Kontakt, ja. Gut. Okay, 2340 gab's mehrere. Guck mich mal hier gerade noch rum. Verdammt. Da müssen wir jetzt auch völlig noch aufpassen. Sieht so aus, als würde gleich alles einstürzen. Kopf runter. Was passiert? Alles ist total, okay. Sicherheitserung mal das Zeug looten. Ein Klicker, zack. Hat sich ausgeklickt. Okay. Okay. Ist du okay? Nicht passiert. Suchen wir Vorräte. Nein. Scheiße. Oh, das war heftig. Ach, bitte. Ach, bitte. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. rezept auf jeden fall dann machen wir uns weiter so kommen wir dazu und hopp na gut, dann einmal hoch ach, ich darf als letztes, okay jetzt ich bitte gut fast viele Viecher jetzt Vielen Dank. Da können wir raus, über das Gerüst. Ich glaube, das war. Elli, alles klar? Ich habe die holle Hose. Alles klar. Dann los. So. Und ob wirklich alles klar ist, erfahren wir natürlich in der nächsten Folge. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play. Ach, die Film ist natürlich nicht. So lässt doch was. So.